Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu Battlefield 1 noch in der Beta. Diesmal zusammen mit mir und Maxi am Start der Eselnens sehen wir natürlich immer zuerst. Was geht dir da? Ja, hallo. Und zusammen mit Logic, früher oder später, der ist zumindest schon mal unserer Gruppe gejoit. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, der wird in der Keke abhängen. Oh, wir haben geschossen. Pass auf, pass auf, Pferd hier geradezu. Hol ihn dir. Hast du ihn? Nee, Mann. Ich treffe auch, glaube ich, zum Teil nur sein Pferd. Ich habe ihn runtergeschossen. Ich brauche eigentlich seine Waffen. Das ist ein bisschen problematisch. Ich bin nämlich noch als Pilot gejoit, weil da war der leider voll, aber wir müssen ja zusammen starten. Deswegen musste der geopfert werden. Wow, ich habe eine Kugel kassiert. Ja, wir spielen wieder die wundervolle Map Sinai Desert, die es auch nicht anders in der Beta möglich ist. Kannst du mich wiederbeleben? Nee, 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 nee. Wie gesagt, ich bin jetzt ja diese Klasse. Des Piloten. Immer noch im Modus Conquest. Ich bin mal schon auf den Conquest Large gespannt, wie der aussehen würde hier auf so einer Map. Ah, das ist jetzt dabei. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Oh, wunderbar. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Ja, wir haben den Punkt hier immer noch, ne? Ich setze mich mal kurz an den Flak. Ich komme zu dir, sobald ich keine Wissen... Oh nein, fuck, 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 jetzt hat er den Punkt geändert, weil du nicht konntest. Ich komme jetzt leider nachgeritten. Ich hatte dich markiert, aber dann warst du im Gefecht. Ich konnte hier nicht joinen und ich hatte der Taste gerade reingehauen. Okay. Deswegen bin ich jetzt weiter wegdeployt worden bei Gustav. Aber du könntest mal... Es wird welche bei mir, ne? Ich werde gerade gegrillt. Ich bin auch noch bei Cäsar gewesen. In Gustav ist auch einer, aber ich kriege den nicht. Der will mich mit... Der hat mich mit dem Säbel. Nicht einfach irgendwo joinen, Venus. Wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, zusammenzuzocken. Aber ganz fest... Weil ich weiß, ich habe ja noch gelebt, ne? Jetzt bist du ja auch weg. Jetzt bist du auch weg. Ich würde sagen, wir gehen hier zu D einfach direkt. Und dann zu Cäsar hoch. Okay, aber warte, ich gehe wieder Medic. Zaplung. Okay, dann komme ich direkt zu dir. Alles klar. Der Panzerwagen ist von uns sehr schön. Ich habe gerade schon ein bisschen Angst bekommen. Ja, die sind auch wichtig. Ja, sie sollen das dann auf 10 Meter Entfernung auf dem offenen Feld. Da ist es eigentlich vorbei. Ja, oder ihr seht dich nicht. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen. Lass uns mal gerade zu uns Gebäude erstmal. Naja, können wir machen. Wir können ja auch gleich wieder raus. Das geht eigentlich gar nicht. Ich höre Schüsse, ich höre Schüsse. Ich gehe ein Stück weiter zu Cäsar. Okay, ich sehe dich da auch noch. Wir müssen ja auch ran an den Punkt. Das kann man mal mit vorbeigelaufen. Oh ja, hier ist einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das ist noch einer. Ja, ich versuche wegzukommen. Der wird mich da herrennen. Das noch einer, das noch mehrere. Ich muss hier weg. Ich fliege gleich eine Garate. Da ist er schon. Hat es aber nicht getan. Ich bin schon gespawnt. Du bist schon gespawnt. Das habe ich noch gerade gesagt. Ich bin noch zu einem eingejoint, der in Richtung E-Fährt. Da habe ich ihn noch gefragt, ob das ein guter ist und so. Da hast du sogar noch geantwortet. Also Emil. Hier sind wir jetzt auch. Jetzt sollten wir schnell in nächstes Auto einsteigen. Komm, da vorne steht eins. Das versuche ich uns zu holen. Hier sitzt einer in einem drinnen. Da könnten wir vielleicht mitreißen. Ich habe einen selber. Ich habe selber eins. Okay. Komm, komm, komm. Hast du? Ja. Da markiere uns vielleicht mal sogar Dora. Das wird jetzt wahrscheinlich gerade genommen oder auch nicht. Wir können auch zu A fahren. Nee, bei A sind wir vollkommen exponiert. Wir nehmen es ja nur mit ein. Dann fahren wir ja weiter. Wir kommen da scheinlich wirklich welche zu sein. Wir können mal ein einziger Typ aus unserem Team ist da und der nimmt dich schon halb ein. Ja, jetzt sind wir mal am nächsten Sanne. Ist schon okay. Gleich sind wir da. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Ja, ich auch. Das Ding ist so offen. Ist auch der Bomber über uns oder was auch? Nee, ist nur nie egal, ne? Ja, oder ein Flieger, aber das müsste klar gehen. Das ist Attack Plane, ja. Ja, sauber. Geschenk. Kein Problem. Guck mal, hat jetzt hier, haben wir noch ein neues Fahrzeug. Hör ich ihn schießen, ja, nehmen wir den mal. Bist du da hinten dran, ja? Aber er klettert nach vorne. Geht immer nach hinten. Okay. Ja, diese Animation des Umsteigens ist immer noch ziemlich geil. Das ist ziemlich schön gemacht, das gefällt mir auch. Okay, dann gehen wir mal zu Cäsar. Mittlerweile habe ich mich auch ein wenig an diese sperrige Steuerung hier gewohnt. Ich kann aber hier gleich wieder aussteigen und durch die Stadt weitergehen. Hier rechts. Ich gehe dann draußen. Nicht. Ab ihn. Aber lass weg, wir sind hier, macht so auf uns aufwechselnd. Über die Mauer und ins Gebäude rein. Ich muss mal, der hat sogar Wendigzeug hier gelassen, das ist nett. Das ist von mir. Ach so. Ich habe die große Kiste mir geholt. Ja, nice. Ich habe mittlerweile alles freigespielt. Ich habe alles mehr gebraucht. Ich habe auch noch mehr Geld, als ich einem ausgeben kann. Das ist sicher auch so gewollt. Ich gehe mal gleich ins nächste Gebäude rein. Ich gucke mal ein bisschen auf das Fahrzeug. Achtung, Achtung. Ich glaube, da war einer genau in die Richtung. Südwest. Ja, da sind auch noch welche. Da müssen wir uns ein bisschen versteckt nähern, glaube ich. Das ist sinnvoll, ne? Ich muss erstmal kurz durchladen. Ich habe einen markiert, der ist oben in ein Gebäude reingegangen. Den werde ich mir noch versuchen zu krallen. Ich höre hier Beschuss. Ich glaube, der geht noch mal in der Richtung. Ich kann nichts wissen, von wo. Der ist noch oben drin im Gebäude. Er ist down. Er ist down. Du könntest mich holen. Komm, 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 komm. Sauber. Sehr schön. Ich will ja wieder raus. Bei C kriegen wir doch noch ein paar Punkte ab. Ja, ich bin auch auf dem Weg zu Cäsar. Da habe ich doch einen gesehen. Der ist schon down. Ich habe keinen Schuss. Achte auf die Dächern. Vorhin waren echt noch welche auf den Dächern drauf. Ich stehe ja super offen auf dem Feld. Ja, ich weiß. Ich auch. Aber ich nehme den Punkt. Scheint einigermaßen klar abzugehen. Okay, wunderbar. Ja, schwer. Dora haben wir auch schon. Zu Alpha ist es mit zu weit. Flori da vielleicht verteidigen. Das sind doch 200 Meter. Hm, lass uns zu Flori da. Dann können wir danach vielleicht eventuell noch gut nach Gustav. Wenn man nur mit sein muss. Nach F ist schon verteidigt. Nee, dann pass auf, dann... Da kommt einer hoch. Ah, da kommt einer. Machen wir den erstmal. Sauber, sauber, sauber. Ich habe den nur einmal getroffen. Gustav ist mir ein bisschen zu weit weg, ey. Ohne Fahrzeug. Ja, B wird angegriffen. Wir können auch zu B. Ja, wir halten einfach gerade alle grünen Punkte. Wir können jetzt nicht nichts machen. Lassen wir zu B. Verteidigen wäre ja auch eine Option. Ja, Verteidigen wäre B. B ist der nächste Punkt, so ziemlich. Dann lassen wir ja sogar C-Dora verteidigen. Da habe ich nämlich gerade welche gesehen, die da angerandert kommen. Einige sogar. Ja, ein paar Sniper konnte ich schon sehen. Ich treffe die leider nicht. Die sind ein bisschen zu weit weg. Aber da sind viele, also da können wir echt ein bisschen festmalen. Ich glaube, da hast du auch so ein Heavy Gunner. So ein Typ ist auch schwer in der MG. Äh, zusammen kriegt man den eigentlich ganz gut weg. Da kommt jetzt noch unser Panzer an. Ran? Ich glaube, da sind noch zu viele. Nee, nicht unbedingt. Also ich beschieße die von hier aus noch recht gut. Ich habe ja noch meine Gewehrgranate. Ich dachte eigentlich, die habe ich nicht weggenommen. Ja. War mal schön einer erwischt. Da kommt noch mal ein Jeep an. Schmeiß mal eine Nate raus. Okay, jetzt kann ich auch mal hin. Das war nämlich eigentlich gar nicht geil, die Gewehrgranaten. Kann ich echt nicht empfehlen. Alter, sind da viele Sniper. Von der Seite, pass auf. Die überrennen uns hier. Auf jeden Fall habe ich mich hart kassiert. Ich bin down. Ich sehe es. Ah, da ist noch einer, der kommt rein. Der kommt rein. Ich bin fast da. Kannst du mich noch wiederholen? Ja, wo bist du denn? Wo ist denn der von dem Ganzen? Außerhalb vom Gebäude. Ich kann nur wieder request nochmal. Da habe ich schon. Ich kann dich nicht reißen. Ich habe, glaube ich, eine falsche Einstellung dabei. Okay, okay. Boah, bei dir geht es natürlich wieder voll ab. Ich habe auch zwei Leute gekillt. Ich glaube, ich muss meine Sachen umstellen. Ich glaube, ich habe zwar ein Nettig-Zeug, aber kein Revive-Kit dabei. Das wäre nicht schlecht. Ja, ja, das wollte ich tatsächlich nicht. Oh, mich hat hier ein Tank erwischt. Pass auf, hier steht ein Tank hinter dem Zug. Okay. Ein leichter Panzer. Ich habe den gar nicht gesehen. Er steht doch hinter so einem brennenden Drack. Ja, und... Das ist wohl flinkt wie nix. Ein bisschen Countersnipe. Was bringst du von? Was? Wir können zu Cäsar weiter. Aber Cäsar haben sie wieder eingenommen. Das ist doch eher unser Punkt. Ah, es ist mit Abstand der Beste hier. Ich zweifel es ohne. Ich habe nur noch 20 Punkte, 20 Schuss um meine Hauptwaffe. Könnte ein bisschen problematisch werden auf Dauer. Ah, es sind noch zwei Balazine. Der ist untergefallen. Ich habe es auch versucht. Okay. Ich höre irgendwas fahren. Guck mal, doch mal rauf. Wow. Okay, da sehe ich erstmal nichts. Hinter uns, oder? Nee, das ist einer von uns ein großer Tank. Was ruhig näher rangeht zum Punkt. Ich gehe erstmal einen Stock weg, ja. Ich meine, hier ist schon jemanden gespottet zu haben bei dir in mir. Sind sie auch? Zwei Leute habe ich gesehen. Die kommen hinter mir. Welche Richtung? Okay. Der ist ein Stock weg über dir. Und hier ist ein Heavy an der Drone. Wo, 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 wo. In dem Hauptgebäude, wo wir immer drin chillen. Hm, der kommt direkt zu mir, der hat mich. Der ist auch noch bei mir in der Nähe. Der geht jetzt bei mir nicht immer. Oder ist auch bei mir direkt bei einer Leichter. Der macht mich auch, da kann ich nichts machen. Scheiße. Ja, da brauchst du eine Granate für. Eine Brandgranate ist ganz geil. Ja, oder eine, die sofort explodiert. Art Impact. So, ich diploie mich bei Cäsar. Ich gehe mal direkt zu dir. Okay, okay. Cäsar ist auch noch markiert. So, wollen wir ihn mir jetzt zu holen. Wir nehmen ihn sogar wieder mehr ein, ne? Ja, das ist noch jemand auf dem Hügel. Ja, ja. So einen habe ich schon gesehen. Und wo kam die Kürsflaster? Dann kam die Kürsflaster, ne? Der ist ja direkt bei mir. Den habe ich gut angeschossen. Oh, der wurde erledigt. Das müsste noch einer weiter hinter sein. Ja, die sind auch ein paar. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Down. Entschuldig. Wo war der, der ich hatte? Ähm, der war jetzt Richtung... Oh, pass auf, da ist noch einer. Von links rum war er beschossen. Richtung Nordwesten. West-Norden. Oh, ich hab beschossen. Hier ist ein Flammenwerfer, hier ist ein Flammenwerfer, pass auf. Direkt bei Cäsar. Oh, da kann ich euch noch beweifen. Flammenwerfer? Boah, ich bin down auf dem Gebäude. Auf dem Gebäude, auf welchem? Und du bist ganz in der Nähe, 5 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 4 Meter. Bin down. Wurde gekillt. Scheiße. Cäsar, Cäsar verteidigen. Auf zu Cäsar. Ich freue mich einfach bei dir. Granate ist draußen. Es geht hier ab. Die sind hart weg. Ich werde gemessert, ich werde gemessert, direkt bei mir. Der ist hier noch, der denkt, der rennt mir hinterher, aber ich renne ihn hinterher. Der ist wahrscheinlich jetzt über uns. Das haben wir ja. Wow, einfach aus der Hüfte, richtig schön weg jetzt. Pass auf, wir fährt ein Panzerwagen rum. Bin down, bin down, bin down, der Panzer hat mich. Könntest du mich holen, der ist gerade wieder zurückgefahren. Das ist noch ein Typ. Das war ein Teil wieder. Komm, komm. Dahinter ist er hinterher. Er hat mich gestochen. Oh, fuck. Ich kann dich nicht damit reviven, weil du jetzt gemessert wurdest. Ich versuche mich ein bisschen abseits zu stellen, weil der Tank hier schon ist. Die sind schon hinter mir her, die wissen, wo ich bin. Die Schweine. Nice, bisschen fein. Komm, komm, komm. Komm, komm. Kacke, da echt, nein. Ich bin mit dem Anstürmen weggerannt, aber dann renne ich direkt dem komischen MG-Heinz in die Nase. Okay, dann fliege ich mal eine Runde. Können, wollen wir bei A, nee, bei E können wir beginnen. Ja, sehr schön, den Punkt holen wir uns auch wieder. Nun kannst du sie einnehmen, genau. Genau. Das habe ich auch als Vorspann für einer der Folgen genommen, die ich heute bearbeitet habe. Das haben wir beim letzten Mal ja schon mal gemacht. Warum komme ich gerade nicht nach vorne? Jetzt, jetzt, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Okay, okay. Ich sehe keinen Feind mehr. Ich glaube, den haben wir schon. Nee, der schießt dann noch. Ja, da war doch noch was. Ja, wir werden tatsächlich beschossen. Es könnte ein Flieger sein, ne? Das sind das ein Tank oder ein Tank ist auch unter uns. Nee, ein Flieger ist hinter uns, aber wir haben hinten einen MG dran. Wir haben den Punkt eingenommen. Das sind wir überdrücken uns hier einfach mal, weil wir haben ja nichts zu tun. Ich habe das wie hier. Nur meiste, es sind noch welche. Ja, das ist noch ein Fahrzeug. Das könnte ich noch vollkommen auseinandernehmen. Dann mach was. Wir fliegen an. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist down. Komm, fliegt weiter. Ich habe es auch disabled, aber ich weiß nicht, ob das heißt, vollkommen zerstört. Jetzt eben gerade beim Überflug? Nee, vorhin davor schon. So, weil ich sehe da halt echt nichts mehr großartig. Direkt voraus, siehst du, sind ein paar. Ich versuche noch Cäsar zu markieren. Ich habe auch etwas zu Schaden gemacht und ich habe auch einen gebombt. Böse, 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 böse. Ich verdrück' uns mal ein bisschen. Pass auf, Panzerwagen unter uns. Sieh, 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 unser Heckschützer wurde rausgeschossen. Das ist hinter uns, hinter uns ist ein Flieger. Ich gehe nach hinten. Raus, raus, raus. Zu spät, zu spät. Ey, aber das Fliegen macht einfach echt Laune. Dann gehst du Gustav von Gustav zu Florida. Ja, ich weiß. Alleine halt, wie gesagt, dass das gesamte Element überhaupt des Fliegens hier irgendwie da richtig geil mit integriert ist. Ich meine, wir können da sogar Punkte einnehmen. Ja, du kannst Punkte einnehmen, du kannst den Boden richtig hart bearbeiten. Der Boden kann dich bearbeiten, ja. Auch ganz wichtig. Ich finde es auch geil. Die Flugzeugkämpfe untereinander sind einfach geil. Und du kannst einfach schön viele Flieger zusammenspielen. Leben sind mal provisorisch raus. Ich hab ja auch Leben. Boden ist einer. Oh, der hat mich hart getroffen. Oh, da sind einige. Weiter, weiter, Granate, Granate. Direkt bei mir. Ich bin da rum. Guck mal, der kommt über dir. Dreh dich um. Ach, er hatte ich schon, ja. Das ging mir zu flink. Das kriegst du nicht mehr. Nee, ich glaub, wenn ich so kurz ineinander sterbe, das ist wie bei Battlefield 4, dann geht das nicht mehr. Dann sei so ziemlich zu mir gekommen. Ja, ich switche teilweise noch zwischen Tastatur und Maus, weil ich finde, mit der Tastatur kannst du an sich grob besser steuern. Aber so fürs Zielen und Bomben brauchst du halt die Maus, ne? Naja, wenn ich dieses Bombenvisier-Ding nehme. Genau, dann gehe ich auch an die Maus ran. Und das macht es halt noch aber so ein bisschen suboptimal insgesamt. Also, mir wäre es ganz recht, wenn sie da, oder wenn ich in den Optionen das noch so hinkriege, dass ich mit der Maus eigentlich alles machen kann und da nicht mehr switchen muss. Oder Joystick. Ja, da müsste ich ja auch immer die Hände wechseln, aber wenigstens nur einmal dann, ne? Das ging auch noch. Wollen wir noch zur Florida ran? Ich meine, wir haben noch 17 Sekunden. Aber komm, das ist jetzt ja nicht so. Gehen wir auch schon den Zug? 12, 10. Ich komm, ich will wenigstens noch ein Kill gelanden. Oder um ist ein Tank, na geil. Ja, ich bleib im Abstand, dass er mich nicht trifft. Na toll. Ja, das war's. Ah, mal einen Blick in die Spurgraf. Wir haben es gemacht. Ich bin mir auf die Abschlussstatistiken gespannt. Ich sag mal, da ist bei mir noch auf jeden Fall Entwicklungspotenzial vorhanden. Ja, es ist ja auch die erste Runde, die heute in der Session zocken. Das ist immer so eine ganz spezielle Runde, würde ich sagen. Es gibt aber auch die Tage, da ist die erste Runde schlecht und die folgenden einfach nur schlechter. Das kann natürlich auch sein, aber das wollen wir nicht hoffen. Weißt du? Schwach anfangen, starten. Uh, gibt es sogar bei den Scoren dabei. Ja, ist auch verdient. Vollkommen verdient. Bist du auf Platz 1 hier? Ja, sauber. Ja, aber das war auf jeden Fall eine schöne Einstiegsrunde. Und dann machen wir an der Stelle mal ein Päuschen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.